um operation wetting die gilt neue geheimdienstinformationen lassen darauf schließen du bist eine massiven präventivschlaf gegen die usa plant womit ich geht los kein video fighting den mc den mc die nächste oder soll ich den ihm er hat sogar zwei flügel also vier insgesamt also ja die f15 active einst links daneben natürlich besseres handling aber schlechtere luft boden dafür ach ich bin jetzt in f16 wieder radar gelenkte kacke warum sehr scheiße naja da muss ich damit leben ja ja mein flügelmann klappt doch langsam auch besser ja 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 eben ich stürze dann dauernd ab irgendwie ja langsam raus mit dem ding ja mit was mit was mit dem ding mit dem ding was man hier fliegt boah was geht hier ab was geht hier ab an alle us kräfte auf dieser frequenz hier ist major wallace vom generalstaat kreft hier die radar dinger die sind irgendwie scheiße und der usk james lawrence wir haben position über den kapitol und sind voll bewaffnet wie ist die lage Andauernd blinkt die scheiß Map auf, ey, das nervt mich gerade. Alter. Alter, es geht ja ab. Leck mich doch am Arsch. Mein Flugzeug abgeschossen. Sehe heute Miss Jäger direkt voraus. Greife an. Bitte dir, Casper. Für die Saurus. Box 2, bestätigt. Bumm. Hätte nie gedacht, dass ich die USA mal gegen eine Invasion verteidigen muss. Ich verstehe dich. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man seine Heimat verteidigt. Perfekt. Komm schon. Wir versuchen eine neue Verteidigung im Zentrum aufzubauen. Wir verschaffen ihm so viel Zeit wie möglich, Sir. Wir haben noch Sex. Wir erligen die Oberhand. Wir haben noch Sex. Wir erligen die Oberhand. Och, ich hab das noch weggeschnappt. Ich? Ne, meine sind daneben gegangen. Meine sind vorbei gegangen. Einwand liefert mich Erfassen. Ich weiche aus. Ziele beleuchtet Feuerwehr. Oh. Scheiße. Das gibt's ja nicht. Was gehen die ab, ey? Dritte Weltkrieg, oder was? Das ist schlimmer als Rio, Mann. Die halbe Stadt brennt. Ja, aber in Rio haben wir gewonnen. Das können wir hier auch, oder? Das hoffe ich, Mann. Das hoffe ich. Bumm. Guter Stachschlafführer. Alter. Einer weniger. Guter Schuss, Captain. Hinter dir, Captain. Ihr Turvelentführer. Habe beide Flügelmänner verloren. Brauche Hilfe. Abbruch bestätigt. Ihr macht das gut, Hawks. Haltet sie uns noch eine Weile vom Hals. Verstanden, Sir. Wir machen unser schnelles Team. Wir machen unser schnelles Team. Wir machen unser schnelles Team. Ich? Da ist eine Rakete mir hinterher geflogen. Sturzflug, Terlen. Nachbrenner ein und weg da. Verdammter Mist. Er hat mich erwischt, aber ich glaube, ich bin okay. Was machst du? Fliegst du im Offenmodus? Ne. Ich dachte. Sah so aus. Ich habe keine Flares mehr und kann nichts mehr tun. Brauche es. Und das war's für ihn. Wir organisieren unsere Truppe und erarbeiten eine Schlachtplan. Hawks kämpft weiter. Verstanden, Sir. Ich erkenne keine neu eintreffenden Gegner mehr. Der Artemis Angriff fällt in sich zusammen. Machete auf, ihr Tiger 2-0! Bin getroffen! Steige aus! Alter! Sie sind überall. Wir können sie nicht aufhalten. Die bösen Jungs kommen zu nah. Kommt schon. Wir haben sie schon mal gestoppt. Weniger reden und mehr kämpfen, Casper. Machete! Sieht nicht gut aus, Terlen. Wir können nicht sie verlieren. Und wenn Washington untergeht, was dann? Machen wir darüber Sorgen, wenn es sowas ist. Bis dahin schalten wir so viele von denen aus wie möglich. Ziel in Schuss weiter. Nein! Links weg, Casper! Schnell, verdammt! Wir haben dich gleich! Wir sind total in der Defensive! Überall bei Dicken! Pass auf sein... Alter, die sind ja übel unterwegs, ey! Gehen zu dir ab! Pfff! Hab ihn erst erledigt! Wir errichten jetzt neue Defensivstellungen, Orcs! Fast geschafft! Wir tun, was wir können, Sir! Die harte Misstruppen ziehen sich zurück! Bald haben wir sie! Komm, Alter! Yeah! Ja! Yeah, auf Wett! Was brauchst du? Nichts! Gut! Witzel richtig an, sie schwitzen, Alter! Glüh mal den Himmel an, ey! Schuss weiter! der himmel ist ja voll ich habe nur noch einen gegner das sind ja noch ganz viele was gehen wir ab Alter ich orte eine große Transporter mit Jäger-Esporte die sich dem Stadtzentrum nähern sie laden Panzer und Infanterie nah unserer Verzeihunglinien ab Panzer im Fallschirm naja ok lass ich mal so stehen was ist mit der Verstärkung ein AVAX-Flieger und Jäger sind auf dem Weg von Edwards bis dahin müssen sie uns alle Hilfe geben wie sie können bis unsere Verstärkung eintrifft müssen sie einen Durchbruch des Feindes verhindern ziel in Schusswahl ach die Scheiße wie soll denn das gehen weiß ich nicht fangen wir schon durch was denn der Frachter ist ja riesig ich bin noch nicht da aber jetzt bin ich da und du wirst doch eine Gescheiße oh oh alter guter Staatsschwahlführer feindliche Transporter setzen Panzer vor der Stadt ab verstanden Torpett wir sind ab und jetzt noch die Panzer und jetzt noch die Panzer das mache ich hier Nein oh das war nicht ab Verstärkungen in 5 Minuten in Position wo Scheiße ins Haus reingegeflogen und das komische Stadion da ich bin neben dem Panzer explodiert ich hab bumm gemacht Scheiße aber wir sind da noch alter ich hab jetzt den ganzen Arsch von Panzern erstmal weggeholt Wasser aufgeschaltet geringer Treffer Ziel neutralisiert Verstärkung noch 4 Minuten entfernt kann ich euer Ernst sein Leute Feindpanzer näher sich der Schutzzone der Fosenziel zerstört ist ja gut abgestürzt genau neben mir Panzer schießt Panzer schießt oh 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 Alter das ist fucking ab ich flieg immer durch die Bäume irgendwie durch ich hab's irgendwie mit den Bäumen nein nein das war jetzt zu tief ich sehe einen Schwarm Artemis Transporter in großer Entfernung schalte sie aus bevor sie ihre Fracht abladen können Scheiße was soll ich denn hier noch alles abknallen ist ja hier eine halbe Armee hier 3 Minuten sie müssen die Schutzzone sofort säubern die Truppen können nicht mehr stabile Erfassung Mandi auf 12 Uhr Ziel aufgeschaltet mehrere Treffer wiederhole mehrere wir haben da 6 wo bleibt die Verstärkung wir halten nicht mehr lange durch sie werden es nicht rechtzeitig schaffen zurückziehen die feindlichen Transporter laden Panzer in ihrem Gebiet ab wir sehen sie top half greifen jetzt an Fox 2 verfolge boah Alter mhm übel alter es gibt's doch nicht ich treff den scheiß Panzer nicht zielerfassung gibt es mal weg so jetzt geht doch ich es gibt es auch die